Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal mal wieder um das iPad 2 und zwar möchte ich euch gerne das Smart Cover von dem iPad 2 vorstellen und zeigen. Dazu sind wir auf der offiziellen Apple-Seite und gleich zum Anfang kommen wir natürlich auf das iPad 2, was natürlich frisch vorgestellt wurde. Und wie wir hier unten sehen, das iPad Smart Cover. Noch eine Idee oben drauf. Diese Idee wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir das Smart Cover in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben. Und dieses Smart Cover hat eine bzw. mehrere gute Anwendungen, um das iPad zu schützen und auch das iPad mit diesem Smart Cover anders zu benutzen. Hier übrigens ein gutes Video, was man sich mal anschauen kann über das Smart Cover. Und hier unten haben wir so eine kleine Grafik, die wir bewegen können. Und vorweg, dieses Smart Cover ist halt eine Oberfläche, ein Schutz, den man über das iPad 2 legen kann, was automatisch durch Magneten, die man hier an der linken Seite sieht, befestigt werden, an das iPad 2. So wird dann hier draufgelegt werden und so das Display schützen. Aber es hat noch andere Funktionen. Wenn wir es mal aufklappen, sieht man, dass das iPad automatisch, sobald man dieses Smart Cover anhebt, automatisch aus dem Sleep-Modus geht. Also das iPad 2 erwacht automatisch, wenn man dieses Smart Cover abzieht. Das bedeutet, man muss nicht wieder den Home-Button drücken, damit das Gerät wieder angeht. Und wenn man das Ganze hier wieder drauflegt, geht das Ganze automatisch in den Sleep-Modus. Somit muss man das auch wieder nicht drücken. Und das spart natürlich wieder Akku. Als nächstes kann man das Ganze hier drauflegen, wie gesagt, automatisch durch diese Magneten und hochklappen, wenn man das mal hier so sieht. Dann klappt man das Ganze so hoch oder hier hinter. Und hat automatisch so eine Oberfläche, wo man das Ganze hier drauflegen kann und hiermit dann besser tippen kann oder sich andere Sachen mit dem iPad anschauen kann. Was man hier unten dann noch besser sieht, das ist diese Variante hier, die man einmal von der Längs- und einmal von der anderen Seite halt anbringen kann. Hier auch nach oben geklappt, dann gut für Videotelefonate hier mit FaceTime oder Skype. Oder hier halt zum Hinlegen, um gut damit zu tippen, was recht nett aussieht. Das Ganze hat dann so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine schützende Oberfläche auf der Seite, was auf dem iPad kommt, sodass das iPad gut geschützt ist, das Display, und auch gereinigt wird durch diese Oberfläche. Dieses Smart Cover kann man natürlich dann super einfach da drauflegen durch diese Magneten. Und man hat sehr, sehr verschiedene oder viele Farben, um das Ganze sich auszusuchen. Dann gibt es zwei verschiedene Sachen, wie man hier sieht, die man das Ganze kaufen kann. Natürlich preistechnisch ist das Leder natürlich teurer. Muss man natürlich wissen, ob man sowas haben möchte oder nicht. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Und ich glaube, ich werde mir, wenn ich mir ein iPad 2 kaufen werde, dieses Smart Cover dazukaufen, weil ich das doch sehr sinnvoll finde, weil man dann nicht unbedingt eine schützende Leder oder andere Folie, die komplett um das iPad 2 geht, kaufen muss. Aber das Ganze wird sich natürlich noch zeigen, ob das Ganze zu gebrauchen ist wirklich oder nicht. Ich bin mal gespannt, ob es dazu einige Reviews oder weiteres gibt. Wenn ich mir dieses iPad 2 kaufen werde, mit diesem Smart Cover werde ich natürlich auch ein Video Review davon machen, wie das Ganze dann funktioniert und ob das überhaupt zu gebrauchen ist. Das zu diesem Smart Cover zum neuen iPad 2. Eine kleine Vorstellung hier. Und ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und vielleicht eure Meinung jetzt über dieses Smart Cover geändert und vielleicht kauft euch das ja oder auch nicht. Das zu dem Smart Cover. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.